So viel YouTube-Werbung hast du so lange nicht mehr. Pass auf mit dem Handy! Oh mein Gott! Tonni! Oh nein! Weißt du, was das Schlimme ist, Chili? Ich habe es sogar von hier weggelegt, damit es nicht passiert. Du hast meinen Job fast kaputt gemacht. Das ist mein Beruf, Tonni. Wie soll ich diese super tollen TikToks dann zu Ende machen? Das hätte ich zu mir leid. Oh mein Gott.